Hallo und herzlich willkommen zu dieser Aufnahme von, präsentiert von, Radlberger Pilzenhalsbach. Radlberger Pilzenhalsbach, moin. Oh, jetzt ein Pilz, Junge. Wodka, Gorbatsch, nein. Ne, das ist zu viel. Ja, genau. Um eins ein Pilz geht, aber... Achso. ... vielleicht nicht ganz. Ja, das ist, hallo? Wie heißt du gut? Kein Bier vor vier, aber irgendwo ist es immer vier? Ja. Das fällt mir ein, dass du... Ich bin irgendwie kurz vorm Krieg. Ne, ich hab Ruhe. Also wir können festhalten, dein Steam-Account ist mehr wert. Aber ich bin dran. 1.350 Euro bei dir, 1.267 bei mir. Ich kann doch go fast. Boah. Ich muss einfach nur Spiele kaufen. Hätte ich mir keinen Bildschirm gek... Du kannst trotzdem dann nicht mit mir mithalten, wenn ich will. Wieso? Du kaufst dir gerne ein ganzes Spiel über Dings. Über Keys. Wie kauf ich sie einmal über Steam und gut ist? Aber will ich ja nicht, weil ich keinen dummen Move machen will. Also? Du bist doch bekannt für dumme Moves, Jule. Ja, true. Ich glaube, du verwechselst es gerade miteinander. Trotzdem. Ich war da voll Idiot. True. Widerworte. Keine. Ja, wer die Wahrheit spricht, den sollte man nicht verleugnen. True, I guess. Ein sehr interessant formulierter Satz. Wer die Wahrheit spricht, den sollte man noch nicht verleugnen. Ja, das ist ein starker Satz. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, meine IE ist ja screwed, oder? Ja, wobei geht eigentlich. Hm, da muss ich auch noch gucken. Oh ja, da war ja was. Alter, Frankreich ist voll in Italien drin. Die annektieren schon Saluzo. Es scheint, dass du da ein Problem hast. Oh Gott, nein. Was denn? Es hat mich erwischt. Es hat mich erwischt. Oh nein. Ich bin wieder exkommuniziert. Ja, das werde ich doch nicht los. Ah, deswegen dachte ich, die Multiplayer und meine Regierungsreformen wären anders. Ich spiele ja Florenz jetzt auch im Singleplayer. Also im... Ah. Hier sind sie natürlich richtig. Ja, die Erleuchtung. Ja, ja. Da habe ich ja jetzt umsonst ein Fass aufgemacht. Na, egal. Nicht mein Problem. Oh mein Gott, ich kriege Nationalisten und ich kann sie nicht besiegen. Oh mein Gott, ich kriege Nationalisten und ich kann sie nicht besiegen. Aber ich werde bald schon eine sehr große Armee haben. Bald? Eine Armee, die sich mit Schweden mithalten kann. Ah. Echt? Ja, fast. Ich habe gerade vergessen, dass die Idee-Gruppe genervt wurde. Hast du Quantität oder was? Ja, mir fehlt noch ein Ding, könnte ich klicken, aber das mache ich erstmal nicht. Quantität ist richtig schlecht geworden. Naja. Ich würde es in Italien immer noch über plutokratische Ideen bevorzugen. Oh, kommt drauf an. Weil plutokratische Ideen sind zwar nice, aber... Das ist meiner Ansicht nach zu versatile und zu wenig. Man braucht halt wirklich eine Gruppe selbst. Also ich weiß, in dem Multiplayer würde ich deutlich besser stehen, hätte ich diese Idee-Gruppe. Stattdessen hatte ich einen Händler mehr. Das ist ja schon mal ein Anfang. Nein. Sieben Händler hast und du kriegst einen achten dazu, Digga. Dann fragst du dich auch, wo du ihn hinstecken sollst. Ja. Dann machst du deine rechten Regionen, die du hast, sogar zur Handelsregion oder Handelshäuser und dann kriegst du dafür noch einen Händler. Schmutze. Schmutz. 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 Den Ernst? Ziemlich protestantisch werden? Stimmt, da war was, ne? Wobei, reformiert ist doch gar nicht mehr so schlecht. Ja, reformiert wollte ich gern. Dann muss die Verteidiger wieder loswerden. Ja, das geht ja einfach. Einfach mal einen Krieg verlieren. Ach, warte mal, das kannst du ja gar nicht. Ja, doch, der Oberst einfach eine Nation, also du gehst für eine kleine Nation und sobald du 100% hast, schickst du dir einfach einen Peace-Deal. Und die musst du ihn ja zu 100% annehmen. Werdet einfach Jan sein. Ach, aus der Sehnen, Burgund, geabt. Ach, Österreich. Aus der Sehnen. Guck mal, Kassilien auch noch. Bis 1510 Waffenruh. Oh. Ja. Ist nicht so angenehm. Aber worüber wir uns auf jeden Fall unterhalten können, ist Kerbal Space Programme 2. Das sieht ja mega cool aus in dem Video. Also in dem, was schon released wurde. Hab's doch gar nicht gesehen. Mann! Ich hab dir das extra alles geschickt. Mann, was soll ich denn dir sagen? Haben wir nicht dazu. Ist halt, ist halt hart. Aber der Einzel sah schon sehr, sehr interessant aus. Der Zweier ist, also... Der Zweier ist... Der Zweier hat die Potenzial. Weißt du, was die gesagt haben in dem Video? Auf Englisch natürlich. Sie haben Hauptaugenmerk auf diejenigen gelegt, die das Spiel gespielt haben, es interessant fanden, aber dann aus irgendwelchen Gründen auch immer aufgehört haben. Hundertprozentig hat mich angesprochen gefühlt. Na ja, dann easy. Du weißt ja, was du holen musst. Sie haben die Tutorials überarbeitet und alles und das ist so das, was als erstes rauskommt. Grafisch ausgebessert. Vier Startplattformen haben sie da gemacht oder sollen dann später für den Multiplayer kommen. Aber der Multiplayer ist in der Roadmap tatsächlich ein bisschen weiter hinten. Aber das wird so geil. Vielleicht kommt ja vorher noch irgendwie ein Mod oder so, der das schon einfügt. Unwahrscheinlich. Ja, je nachdem wie groß die Mod-Community ist oder sein wird. Oder du... Was denn? Die Mod-Community von Kerbal Space Shroom ist recht professionell. Wir werden kein Multiplayer-Mod machen, wenn Multiplayer so ins Game kommt. Das ist für die unnötige Arbeit. Das sind Projekte, die die nicht mal aufmachen, weil sie wissen, dass sie dann am Ende nutzlos werden. Die konzentrieren sich auf Dinge, die in Kerbal Space 1 drin sind und aktuell wissen die noch nicht mal, was da wirklich nicht drin ist. Oder was aktuell wirklich noch fehlt für Sachen, die die dazu machen. Aber sowas wie Warp-Engines und so weiter wird vermutlich kommen. Oder so Food. Das wird es definitiv geben. Also es wird es zumindest in der Modding-Szene definitiv geben. Ah, gut. Wir werden es ja sehen. Ich meine, was hast du geschrieben? Bis 2024 oder so? 24. oder 25. Februar nächstes Jahr. Ich glaube 24. Hab dich eben geleckt oder hat Bolz eben geleckt? Ne, Bolz, wie immer. Okay. Gar nichts leckt hier. Nein, 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 gar nicht. Alles flüssig. Aufnahme super, alles super. Immer, immer doch. Ihr beide seid das Problem. Da hast du doch sicher. Warum mag Böhm mich nicht? Hm, wer weiß. Ich nicht. Vielleicht, weil sie dich als Rivalen ausgewählt haben. Kann ich nicht nachempfinden. Erstmal würden wir als Rivalen nehmen. Die mögen Kerbal Space Engineist und sind auch gehypt und verstehen deine Antipathie nicht. Ah, ja, klar. Michael Angelo. Willkommen in der Vaterlande Italien. Ein, zwei Dukaten, minus 75 Prozent für den Stufe 3. Hm. Schmeckt. Boah. Und der ist 36. Hm. Hm. Er ist wann? Juli 1502. Oh, das ist Assi. Hä? Ich dachte, ich habe einen Kriegsgrund gegen die. Oder was ist Thüringen? Alter, meine Armee ist so im Arsch. Es fehlen immer noch 11.000 Männer. Und die regenerieren noch nicht nach. Hm. Wirklich, ja, diese... Ah. Pazernbaum. Wo ist eigentlich die Wendung bei Schweden mit dem Kupferpreis? Es ist ganz weit unten irgendwo. Ein Mission Tree. Das ist da. Das ist wie Lübeck, wo man die Hauptstadt einfach zu Gold machen kann. Erstmal runterstrollen, dann findet man es. Dann denkt man sich so, äh... Theoretisch, ja, aber, äh... Esien überfällt einfach meine Küste. Es ist sehr, 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 sehr gut. Das wird's nicht sein, butterfly. Ach ja, stimmt. Sienna hatte ja Dings bekommen. Facettenschliff. Das war voll lucky, weil eigentlich wollte ich Sienna erobern. Genau, ich wollte Sienna erobern, um da Facettenschliff reinzumachen. Hab's aber nicht rechtzeitig geschafft, dann kam der Facettenschliff. Ich dachte, scheiße, jetzt hat den irgendwer bekommen. Und dann irgendwann später hab ich festgestellt, oh, ich hab ihn bekommen. Beziehungsweise Sienna. Einfach von sich aus. Das ist geil. Höhebste 28. Oha. Das ist, glaub ich, ein gutes Investment. 85 Stück Karten für 0,28 im Monat. Oh. Er hat denn jetzt Mil-Tech 9 genommen. Die KI ist doch so bescheuert. Ich nehm Mil-Tech 9 für... Wie viel kostet das? Für mich kostet 700. Das heißt, ich nehm Mil-Tech 9 für irgendwie 750 oder so. Was ist denn jetzt los? Ne, will ich nicht. Einmachen. Jetzt dürften hier irgendwo nochmal so ein 20-Prozent-Boni stehen. Genau da. Verwüstung? Ach ja, mein ganzes Land wurde ja niedergebrannt von dem scheiß Franz Zacken. Ein neuer Kardinal. Ich verstehe nicht, was diese ganzen Leute immer so zu der Jahreszeit hatten. Ich kann wirklich nicht... Ich begreife es nicht, wie man so krass Cardio machen kann, dass man sich einfach Kardinal nennt. So krass Cardio. Aua. Ich hab grad gedacht, wer erklärt sich selbst den Krieg? Ah, selbst den Krieg erklären. Ja, guck dir die Flagge an. Ich schwör dieselbe. Eins zu eins die gleiche. Ja, ausgerutscht aus dem Fahrrad. Schick ich an beide. Das sind bestimmt meine Brüder oder so, aber egal. Nee, ist einfach derselbe Künstler, der die Flagge gemacht hat. Der hat einfach einen Wurf gezeichnet und war zu faul. Das hat an beide geschickt. Dunkelblau und hellblau gemacht. Und beide haben es halt angenommen. Damit hat er halt nicht gerechnet. Deswegen muss er es so schnell ändern. Oh, Christoph Sersho ist gestorben. Oh, nein. Nein. Nein, jetzt ist nun jemand mit Bogenwerten dran. 5, 4, 6. Oh, nein. Muss ja Angst haben. Ripp. Kann man nix machen. Ja. Hohes Alter. Ich glaube, der war ein paar und 60. Aber. Ist fein für mich. Mehr Reichsautorität. Ach shit. Ich hätte ja meine Staaten zentralisieren können. Oh. Also das mit dem zentralisieren vergesse ich immer. Nicht zentralisieren. Infrastruktur. Oh, mein Gott. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's denn so? Ah, wunderbar. Nee, eigentlich bin ich müde. Müde, aber noch im Leben. Das Gefühl kenne ich. Oh, ja. Das ist ein Gefühl. Erkantilismus reduzieren. Nein. Nein, das wollen wir nicht. Ich sammle in Venedig, deshalb kriege ich keinen Übertragungsbonus in Genua. Ja. Er ist gestorben. Ein Berater oder was? Jetzt habe ich 43%. Jetzt kriege ich einen Übertragungsbonus und jetzt habe ich 50%. Jetzt habe ich keine Einnahmen mehr aus Venedig. Und mache trotzdem mehr Geld. How the fuck does this work? Wieso kriege ich denn keinen Übertragungsbonus, wenn ich in Venedig handele? Ich meine, ich kann verstehen, wenn ich in Lübeck handele und dann in Eiermelkanal abschöpfe, dass ich keinen Übertragungsbonus bekomme, weil das ein danach liegender Node ist. Aber Venedig ist ein Endnode. Oder kriegt man den Übertragungsbonus nur, wenn man nur in einem einzigen Ort das sammelt. Wahrscheinlich, oder? Ich kann es ja austesten. Ich nehme mir einfach den Händler weg. Hätte ich nicht mehr machen müssen, aber egal. Und sammeln jetzt im Ärmelkanal. Kriege ich eh nichts. Und ja, das stimmt. Sammelt im Ärmelkanal. Man darf nur in so einem Hauptumschlussplatz oder nur an einem sammeln, damit man die vernünftigen Boni bekommt. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo man das dann wahrscheinlich 100% kontrolliert oder so. Oh, jetzt erst mal Rotenburg erobern. Erobern. Oh. Oh Gott. Der Kolonialismus ist in der Kolonialenmacht gespawnt. Wer hätte das gedacht? Ein Bunder. Echt ein Bunder. Das heißt, Venedig wird die schlechteste Handelsnot in Europa. Sehr, sehr kacke. Was für ein Krieg hast du erworgen. Oh, ich habe Inflation. Ja, ich wusste nicht, wie die Mission genau funktioniert. Ich dachte, ich kann jetzt wieder eine Richtung der Union machen, aber es ging nicht. Ich muss dafür erst ein paar Provinzen halten. Ich wollte gerade sagen, ich bin administrativ-technologisch zurück. Ich habe gar keine Admin-Macht. Naja, bin ja auch schon Admin-Tech 9. Okay. Ja, aber Christoph, du musst wirklich was mit deiner Tech machen. Also irgendwie Berater oder sowas ist für dich. Ja, was mache ich denn gerade? Stell dir vor, es kostet halt einfach nur ein bisschen Dukaten. Und die kann ich mir noch nicht leisten. Ja, nee. Es fehlen hunderte von Machtpunkten. Hunderte. Ja, das ist mir auch klar. Und jeden Monatstick, in dem du keinen vernünftigen Berater hast, verlierst du das. Weil du, die ganze Zeit, in der du nicht Tech Ahead bist oder es vernünftig mitgetecht hast, hast du keine plus 20% Handelseffizienz und keine plus 20% Produktions-Effizienz. Das heißt, dadurch verlierst du Geld, was du dann nimmst. Alles sad. Jan könnte dich bestimmt finanzieren. Wie viel brauchst du? Alles gut. Dass ich zwei Zweierberater zumindest leise kann. Wie viel kosten zwei Zweierberater? Meine kosten alle ein ablohenden Ei. Was soll denn das? Vier Dukaten pro Monat kosten die ungefähr. Ja. Oder? Sag doch, Christoph. Warte kurz. Bei mir kosten Stufe drei Berater vier. Zweier kosten vier, ja. Ja. Dann schicke ich mir irgendwie acht Dukaten oder zwölf Dukaten pro Monat. Sieben. Das ist eine schöne Zahl. Dankio. Aber solltest du als Kaiser nicht ein bisschen mehr Money machen? Nee, das ist eine andere Reißreform. Das ist die vierte Reißreform. Und dank einer gewissen Person. Wird nicht mal die erste kommen. Ich weiß nicht, welche Person du meinst. Ja, die die minus 0,17 gibt. Selbst mit Frieden... ...wähnt nur 0,08. Ach, egal. Österreich hat Spaß mit CD. Das wollen die nicht mehr haben, oder was? Doch. Für uns vermutlich nicht. Nee. Österreich hat eh keine Wahl, ob sie es haben wollen oder nicht. Meine nächste Idee wird wieder eine Milli-D. Also wird der Fokus wieder gewechselt auf Milli-Servisch. Du hast es nicht mehr. Das ist auch mal. Das ist nicht mehr. Ich bin hier. Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Und die Gefechtsbreite ist 25. Lohr, du sollst da hin. Der Plus-Eins-Modifikator, den ich habe mir trotzdem noch als Minus-Eins angezeigt. Zumindest als Minus-Modifikator. Affig. Das ist eigentlich eine Beziehung entfernen. Was? Achso, du hast ein Bündnisgefühl. Ja. Also wenn du meins auslöscht. Also du sollst das Bündnis mit meins können. Meins? Ja. Möchtest du, dass ich mehr Werbung dafür mache und dir genauer erkläre, warum meins? Okay, kann ich gerne tun. Gar nichts dagegen, actually. Dir das zu erklären? Ne, meins zu zerstören. Du kannst mir auch erklären, gerne. Okay, Frankfurt und Mainz, die Provinz selbst, sind zwei Handelszentren in deinem Haupthandelsding. Und es ist ein Kur-First und ich würde dich dann wählen, was mir Vorteil machen würde, weil ich dann Königreich werden könnte. Was heißt, ich habe was davon? Was heißt, du hast was davon? Wir alle haben was davon und du wirst feststellen, dass dein Land sich dann Berater leisten kann. Selbstständig. Und wenn du 200 Dukaten angespart hast, kannst du übrigens auch Erfurt aufwerten zu einem Stufe 2 Handelszentrum. Ja, ich gucke mal, ob ich das Geld irgendwann zusammenkriege. Weil Stufe 2 Dinger kannst du so viele haben, wie du willst. Das ist eine schlechte Idee. Ei, 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 ei. Das Problem ist, Jan und ich hätten vermutlich gern das andere. Jan, weil dadurch mehr Reformbegehren kommt und das Reformieren schneller kommt. Und ich, weil ich dann die Provinzen leicht erobern kann, weil sie nicht im Reich sind und ich nicht so viel AE bekomme. Das Problem ist, minus 6,20 Reichsautorität kannst du dir nicht leisten, dank Jan. Also kommt der Papst ins Reich. Sehr geil. Ne, mach das andere. Ne, geht nicht. Das geht nicht, sag dir, Jan. Ne, Mann. Tut mir leid. Sad. paddessen Vielen Dank.